Dieses Video nutze ich dafür, um mich zu bedanken bei meinen vielen, vielen 100 Abonnenten. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass ich so viele Abonnenten kriege, besonders innerhalb von anderthalb Jahren. Ich dachte eigentlich, ich kriege überhaupt keine Abonnenten. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an meine beiden Omas. Die eine Oma lebt ja leider nicht mehr. Und an meine Mutti, die mir immer mit Rat und Tat und Konzepten beiseite stehen und mir helfen. Jedenfalls abonniert meinen Kanal schön weiter. Und ihr könnt mir auch mal auf meine Webseite mal Rezeptideen oder Rezeptwünsche schreiben, die ich euch nachkochen soll. Und jedenfalls vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.